Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu einem schönen neuen Test. Wir machen heute Mais. Das ist ein Abenteuer in die episch wichtiges Humor-Spiele, in dem ich mich aussieht, um ein Terribler zu reden. Nein, mal im Ernst. Ich habe keine Sprache, vielleicht kennt ihr euch, ob Weißen, Baum, so, ne? Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch rausgehört habt, aber wie gesagt, spiele ich jetzt bei Steam unter mehrmals getaggt mit Witzig und Humor. Also, werden wir mal hoffen, dass es mich zum Lachen bringt. Wenn nicht, gibt es Report und ich gebe es zurück. Ah, keine Ahnung, ja, es ist in der Meinung, wie wenn Abenteuer oder Indie... Es ist halt diese Kategorie im Großen und Ganzen. Es sollte man sagen, es ist ein Spiel. Abenteuer, schön. Action, schön. Humor, episch. Na okay, episch und witzig, ich jetzt schon etwas speziell habe, weil das Witzig und Humor dann noch gleichzeitig steht. Das ist jetzt wieder was anderes. Bei dem Indie-Erfolg, also bei dem Indie, ja... Indie halt, ne? Gucken. Loading Screen des Todes. Teil 2. Die zweite. Okay, es laggt erstmal. Was es auch immer ist, ich kriege irgendwie kein Augenkrebs. Das ist mal gerade überhaupt nicht hell. Oh, zählt's. Äh, da sind grad Maisstöcke gelaufen. Passiert nichts. Achso. Wow. Deine Ernst. Haha. Okay. Ähm. Ja, ne? Ja gut. Äh. Okay. Ja, nice. Alles klar, das ist für Fuse. Ist das dein Ernst? Jetzt, ob wir das wirklich halt als, äh, na? Als... Komm schon. Sicherung nehmen sollen. Das ist ein Besen. Das war schon mal toll. Stop Pressing Q. Ich... Ich pushe nicht mal Q. WTF? Und das zum Raus... Ah, zum Rausziehen hier, das Ding. Stimmt. Ich kann nicht sagen, zum Rausziehen hier, von der... ...dem Ding was drin steckt. Gucken wir mal was in dem, äh, na, in dem Fleischwolf drin steckt. Vielleicht noch ne CD. So ne halb kaputte CD. Okay, ab hier bin ich wirklich überfordert. Ah, okay. Wie gesagt, ähm, 8 von 10 top eigentliches Spiel. Für 19 Euro. Leider ein bisschen zu teuer. Auf jeden Fall. Aber sonst, für zwischendurch, kann man's machen machen. Wenn man das Geld hat. Bis dahin, würde ich dann, äh, erstmal sagen... Das war's mit dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwas da lasst. So, geil, Abo, oder... ...nein Kommentar vielleicht. Oder vielleicht auch ein Like, wenn's euch gefallen hat. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht lasst ihr was da. Vielleicht auch nicht. Wäre natürlich geil, wenn. Vielleicht ist das auch nicht schlimm. Müsst ihr halt wissen, ich kann euch das jetzt nicht zwingen. Dann würde ich mal sagen, bis... ...nächste Woche Mittwoch. Ja, ist ja dann Mittwoch. Bis zum nächsten. Die brauche ich jetzt auch noch. Ha, scheint, als ob das Programm aus anderen Dimensionen etwas entspannter ist.